Sooo, nächster Tag, Tag 3 in Rugged Leach mit dem Timberl. So, ich bin wieder gegen gleiche. Ja klar, ist ja immer dieselbe Lobby. Oh shit. Dann ziehen wir die immer wieder ab. Dann ziehen wir die immer wieder ab. Ey, Hunde haben die auch gefühlt, haben wir noch gewonnen. Wie kann man denn so Comments abstecken? Ja, bei mir ist es mit den Pfeiltasten auf dem Gamepad. Also mit den Kreuztasten. Ja, ich habe auch eine Kreuztaste, aber das ist bloß bei mir. Ich glaube mit 1 oder so, oder mit F1 und so. Oh, ich glaube ich habe mich auch verwendet. Nein Spaß. Was? Daniel, mach auf! Nein Spaß. Nein, ich war mit dem Tor. Achso. So, jetzt, jetzt komm, mach mir eine Vorlage, ich bin hier. Hallo. Machen wir eine Vorlage, dann geht erst mal 5 Meter djö. Nicht tun, was machst du denn? Nein, wer hat die? Du warst so eine Scheiße, Alter. Quatsch. Guck dir das an. Wo geht er schon weiter? Oh Gott, wie ist das warm. Was war das denn? Jetzt machen wir es. Ich fang gerade im Kreis und warte bis... Was machst du das denn? Warte. Die sind so... Was soll ich doch noch machen? Ey, die haben nicht meine Minute, du spielst dann ab 3 Tore. Wo bist du denn? Wo bist du denn hier überhaupt? Ich seh dich gar nicht mehr, Alter. Wo stehst du da rum? Du bist so warm, ey. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ey. Der ist ein bald. Der kommt weg. Der kommt, der kommt gefährlich. Der kommt weg. Ich bin da. Du bist einer, der ist nicht gut. Ich bin da... Los, du uns. Ja. Da bekommst du schmerzen. Ich weiß gar nicht warum. Also. 3-1, hopp. Was machen wir? Du fährst vor, ich bleib hinten dran Oh, lol Oh, ich dachte schon, der geht rein Ich dachte, du bleibst hinten Ich bleib auch hinten Nein Wieso fahr ich rückwärts? Achso Ich fahr gar nicht rückwärts Daniel Die Kamera war nur so eingestellt Okay Jetzt fahr ich rückwärts Was? Oh, komm, 4-1, das hol mal auf Wir haben noch drei Minuten Oh, Kopfschmerzen Also gegen die Bots war das einfacher Oh, lol Oh, oh Ey, was? Wie machen die das denn bitte? Aber wie kommen denn so schnell immer an unser Tor Und dann auch noch so Und dann pam, rein Der eine spielt immer gegen die Bande Der andere wartet in der Mitte und schießt ein Tor Ja, das will ich auch die ganze Zeit machen Aber ich bin immer so langsam Ähm, wenn du diesen Doppelsprung nach vorne machst Also so ein Looping nach vorne Also ein Frontflip Dann müsstest du schneller Was? Ja, wenn du Wenn du dich hier nach vorne Verspringst Wo ist denn jetzt der Ball? Warte Oh nein Daniel Oh Mann Los Tim Block mich Oh nein Junge Bin ja und so eine Scheiße zu sagen Ja, wir müssen dann üben Das kommt noch Dein Ernst? Ich hab den nicht gesehen Ich hab keine Ahnung Was? Oh, ihr Gott, Alter Wie er rast Als ob ich gleich ein Tor fallen würde Jetzt mach doch Junge Ich mach doch Ich mach nix Ja, okay Geil Endlich hab ich mal ein Tor geschossen Ey Ey Ey, ich versuch hier so gut wie möglich alles zu meistern, ja So Na geil Wo ist der Ball? Da Oh Gut Nein Wohin Mach was Ich bin da Ich hab kein Tor Wo mehr Dein Oh Hey Ich seh, das war weiter weg vom Ball Alter, ich werde dir nur rumgeschossen, ne Los Nein Du hast mir das geklaut Okay, jetzt los Go, 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 go Nein Ja So 3, 5 Ey, komm 2 Tore in 1 Minute knapp Können wir noch hinbekommen Ja, genau Ja, können wir noch hinbekommen Jetzt denk doch mal optimistisch Das geht nicht mit dir Doch, doch Das geht mit mir Okay, los Snack den Ball da vorne weg Bin ich vor oder hinter dir? Ich weiß es nicht Los Was ist los? Du stehst die ganze Zeit in der Mitte Wartest du bis zur Mal die Mitte kommt Ja, weil Ich dachte, du gibst ja nur Vorgänge Ich muss die ganze Rest machen oder was? Nein Wir haben die Leute die Zeit ab Oh Mach doch Was? Was? Ja, los Was ist denn? Du triffst nie die Mann Mann, der Ball fliegt aber auch so blöd Jetzt ramm ich doch nicht noch, Alter Das bin doch gar nicht richtig, Junge Das ist der Sneak Tisi Los Jetzt volle Kugel Los Mach doch was Ich hatte schon wieder kein Nitro, Junge Jetzt komm Eins, zwei machen wir noch aus Ehre Dann sind wir die Gewinner Der Herzen Was? Nein Ja Ich würde sagen Die ist doch ganz gut Alter Ohne Witz Okay Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder Wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt Dann schaut auch mal rein Die liefen besser Tschüss Tschüss